1 ab 1 in 4 5 und wir dem Titel schon entnehmen konntet kommt natürlich Black Ops 2 die Top 10 Sniper Kills aber bitte erwartet nicht irgendwelche 360 Jumps aus dem dritten Stock und was weiß ich was alles also ich hab nicht derartige Skills bitte gebt euch mit meinem Skill zufrieden also wer meine Call of Duty Gameplays kennt weiß dass ich ein bisschen Skill habe aber der hält sich einigermaßen in Grenzen aber ich hoffe dennoch es gefällt euch und ja ihr habt viel Spaß mit Top 10 Black Ops 2 Sniper Kills 2 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 6 6 5 6 5 5 5 6 5 6 6 6 6 6 7 7 7 8 9 9 9 9 9 9 10 9 10 10 10 10 10 9 10 10 10 Die Drohne nähert sich. Die Drohne ist aufgeschattet. Abschuss bestätigt. Die Drohne ist aufgeschöpft. so das war es wieder mit der Top 10 ich hoffe sie hat euch gefallen ja wenn ihr euch gefallen habt könnt ihr einen Daumen oben da lassen würde mich sehr freuen und ja bleibt dran es kommt noch ein Bonus Clip und danach kommt ihr zu meiner Endcard wie üblich halt ich sag mal bis dann und wir sehen feindliche Hunter Killer Drohne unterwegs feindliche Fernlenkladung im Einsatzgebiet ja das war es wieder mit diesem Top 10 Video für diesen Monat ich hoffe es hat euch gefallen hier links in grüner Schrift könnt ihr natürlich zum vorherigen Top 10 Video in der Mitte könnt ihr mich abonnieren damit ihr keine Videos mehr verpasst vor allem nicht die Top 10 Videos und rechts in roter Schrift könnt ihr sobald ein neues Top 10 Video erscheint direkt zum nächsten und wenn ihr oben auf Black Shadow Dry Bones klickt könnt ihr zu meinem Soweit Kanal wechseln dort drehe ich real life Videos und ja könnt ihr mal vorbeischauen wenn es euch interessiert und ja ich bin einer von Team Dry Bones you cannot kill what is already death hier 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 hier